Nachdenkseiten Die kritische Website Steinmeier war schon vor den Streubomben der Präsident der doppelten Standards. Ein Kommentar von Tobias Riegel Die Haltung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur geplanten Lieferung von Streumunition an die Ukraine durch die USA ist nur ein weiterer Gipfel der Heuchelei. Ein weiterer insofern, als dass Steinmeier ohnehin bereits eine lange Geschichte an praktizierten Doppelstandards vorzuweisen hat. Seine Rolle unter anderem bei den Vorgängen Hartz IV, Murat Kurnatz, Jugoslawienkrieg und nicht zuletzt seine moralische Absicherung der inakzeptablen Corona-Politik machen unseren Bundespräsidenten zu einem höchst problematischen Politiker. Er müsste zurücktreten. Steinmeier sabotiert mit dem ausbleibenden Widerstand gegen die Lieferungen der Streumunition die Konvention, die er damals selbst unterzeichnet hat. Seine unsägliche Äußerung, man könne den USA bei der Lieferung von geächteten Waffen nicht in den Arm fallen, sind übrigens nicht die einzigen unhaltbaren Aussagen Steinmeiers im kürzlichen ZDF-Interview. Zusätzlich nimmt er dort indirekt eine als schlicht unmoralisch anzusehende Verlängerung des Krieges in Kauf, indem er sagt, er könne sich einen Waffenstillstand nicht einmal vorstellen. Unserem Staatsoberhaupt fehlt angeblich die Fantasie, ein Schweigen der Waffen zu visualisieren. Mutmaßlich ist das aber keine Frage seiner Fantasie, sondern von zielgerichteter Politik zugunsten der USA. Eine Politik, die sich direkt gegen die eigenen Bürger richtet. Konkret sagt er im ZDF, er erkenne im Moment noch nicht die Bedingungen, unter denen er sich einen Waffenstillstand vorstellen könnte. Ein solcher Waffenstillstand würde bedeuten zum jetzigen Zeitpunkt, dass man den Landraub, den Russland in der Ukraine betreibt, dass man diesen Landraub belohnt. Russland müsse seine Truppen abziehen und wir müssen Verständnis dafür haben, dass, solange das nicht der Fall ist, die Ukraine die russischen Truppen zurückzukämpfen versucht, sagte er. Mit dieser Maximalforderung entzieht Steinmeier einer baldigen Friedenslösung jede Grundlage. Wer so spricht, weiß, dass dadurch der Krieg in die Länge gezogen wird. Mit höchst zweifelhaften und die gesamte Vorgeschichte des Konflikts ignorierenden Argumenten. Dieses Handeln ist so unverantwortlich, dass einem die passenden Worte fehlen. Steinmeier müsste meiner Meinung nach, wie die Mitglieder der Bundesregierung, die den Kurs des Wirtschaftskriegs, der Waffendieferungen, der sabotierten Friedensverhandlungen und der Kriegsverlängerung immer noch mittragen, sofort zurücktreten. Sie alle handeln, neben der Ignoranz gegenüber dem verlängerten Leid der ukrainischen Zivilbevölkerung, gegen die Interessen der eigenen Bürger. Und wenn Steinmeier sagt, nicht nur Deutschland, auch die USA und viele andere Staaten hätten versucht, in Europa eine Sicherheitsarchitektur unter Einbeziehung Russlands zu schaffen, dann stellt er damit die Realität auf den Kopf und leugnet die Feindschaft, mit der Russlands Vorstößen für ein gemeinsames europäisches Haus begegnet wurde, sowie die lange Geschichte der westlichen Sanktionen und der giftigen Propaganda gegen einen europäischen Nachbarn. Auf den Kopf gestellt wird durch die Aussage auch die konkrete Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs mindestens seit 2014. Ausgehend von diesen grundfalschen Aussagen kommt Steinmeier zu für die Bürger Europas verheerenden Schlussfolgerungen. Zitat Zitat Ende Die zentrale Rolle Steinmeiers im Vorfeld des militanten Maidan-Umsturzes, der jahrelangen Angriffe von ukrainischen Milizen auf die Bürger des Donbass und schließlich im Vorfeld der russischen Invasion hat Dagmar Henn in einem verlinkten Artikel zusammengefasst. Zitat Wenn es eine Person gibt, die die Hintergründe des Konflikts in der Ukraine genau kennen muss, dann ist das Frank-Walter Steinmeier. Von 1999 bis 2005 war er Chef des Kanzleramts. Während der ersten Farbrevolution in der Ukraine im Jahr 2014 war er damit der Geheimdienstkoordinator und hatte dementsprechend alle verfügbaren Informationen über diesen ersten westlichen Versuch, die Ukraine vollständig unter die Ideologie von Bandera zu stellen und gegen Russland zu richten. Er weiß mit Sicherheit auch genau über die deutsche Rolle in diesem Spiel Bescheid. 2014, während des zweiten Anlaufs durch den Maidan, war er deutscher Außenminister. Er schloss zusammen mit seinen polnischen und französischen Kollegen das verhängnisvolle Abkommen mit der Opposition, das dazu führte, dass der rechtmäßig gewählte ukrainische Präsident Janukowitsch die Bewachung der Regierungsgebäude zurückzog, woraufhin sie am Folgetag gestürmt werden konnten. Steinmeier hat die Putschisten sofort anerkannt. Steinmeier war an den Verhandlungen der Minsker Vereinbarungen beteiligt, hat aber wieder besseres Wissen beständig die falsche Aussage verbreitet, die Separatisten müssten sofort die Kontrolle über die Grenze zu Russland an Kiew übergeben. Zitat Ende. Streumunition, um möglichst viele russische Soldaten zu töten. Der ukrainische Präsident Wladimir Selinsky hatte die geächtete Streumunition immer wieder gefordert, laut Medienberichten, um möglichst viele russische Soldaten zu töten. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs Streumunition in 43 Ländern von mindestens 23 Regierungen eingesetzt worden sei. Darunter waren die USA, Großbritannien und die Niederlande. Sie kam demnach im Vietnamkrieg zum Einsatz im Irak zwischen 1991 und 2006, aber auch im Kosovo und in Afghanistan. In jüngerer Vergangenheit sei sie in Syrien und Jemen eingesetzt worden. Über den Einsatz von Streumunition durch die Ukraine hat Jens Berger bereits im Februar im Artikel »Geächtete Streubomben für die Ukraine? Was für eine Heuchelei!« geschrieben. Die Ukraine setzt schließlich seit 2014 diese geächteten Waffen im Krieg gegen die Separatisten und später gegen die russische Armee ein. Der internationale Protest blieb aus. Und offenbar liefert zumindest die Türkei als NATO-Staat auch bereits Streubomben an die Ukraine, die aktuell im Krieg eingesetzt werden. Zitat Ende. Eine Grundlage für aktuelle Vorwürfe, Russland hätte im Ukraine-Krieg ebenfalls bereits Streumunition eingesetzt, ist ein verlinkter Beitrag von Amnesty International zum angeblichen Einsatz der Waffen durch die Russen in Tcharkiv. In einem Artikel im März berichtete der Spiegel, die NATO würde Anzeichen für eine Anwendung des grausamen Kampfmittels durch Russland der Ukraine sehen. Lang, lang ist's her. SPD und Auswärtiges Amt echten Streumunition In 2012 wollte die SPD in einem Antrag sogar zusätzlich die Investitionen in die Produktion von Streumunition verbieten. Zitat Was will der Antrag? Er will sicherstellen, dass Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe C der Oslo-Konvention über Streumunition und analog angewendet auf Antipersonenminen so interpretiert wird, dass das Verbot der Unterstützung der Herstellung von Streumunition auch Investitionen in Herstellerfirmen direkte und indirekte umfasst. Welchen Sinn macht es denn, wenn wir uns damit brüsten, im Gegensatz zu den Ländern mit großen Herstellern, USA, China usw., auf die Herstellung, den Besitz, die Anwendung, den Export und die Lagerung dieser menschenverachtenden Waffen zu verzichten, uns dann aber weigern, Investitionen in Firmen, die diese geächtete Munition herstellen, ausdrücklich zu verbieten? Zitat Ende Die Haltung des Auswärtigen Amtes zu Streumunition lautete noch 2021, also zu Zeiten, als diese Schönwettermeinung noch nicht in direktem Konflikt mit US-Interessen stand. Zitat Das Oslo-Übereinkommen verbietet diese Art von Munition und enthält Vorgaben zur Zerstörung von vorhandenen Beständen, zur Räumung von mit Streumunition belasteten Flächen, zur Unterstützung der Opfer von Streumunition und zur jährlichen Berichterstattung. Gefährlich ist Streumunition vor allem deshalb, da ein erheblicher Prozentsatz der Submunitionen nicht detoniert, sondern als Blindgänger vor Ort verbleibt und die Bevölkerung gefährdet. Submunitionen sind sensibel, sehr zahlreich und wegen ihrer geringen Größe schwer auffindbar. Zudem werden sie oft mit Spielzeug oder anderen Gegenständen verwechselt. Dadurch bringt Streumunition besonders die Zivilbevölkerung in Gefahr, nicht nur während des Einsatzes, sondern auch lange nach Beendigung eines militärischen Konflikts. Als Zeichen des besonderen deutschen Engagements für die Ziele des Übereinkommens übernahm Deutschland 2016 dessen Vorsitz für ein Jahr und unternahm in dieser Zeit zahlreiche Aktivitäten zur Universalisierung, der Koordinierung von Hilfe, Länderkoalitionen und initiierte einen strukturierten Dialog inklusive Military to Military mit wichtigen Anwender- und Besitzerstaaten. Zitat Ende. Jahrzehntelanges Leid durch diese Munition Über die zerstörerische Langzeitwirkung der Streumunition berichtet der Infosperber, verlinkt innerhalb des Artikels. Demnach fordern nicht explodierte Sprengkörper oder Blindgänger aus Streumunition, welche die USA vor über 50 Jahren in Vietnam, Laos, Kambodscha sowie vor 20 Jahren im Irakkrieg eingesetzt hatten, noch heute jährlich hunderte Todes- und Verstümmelungsopfer unter der Zivilbevölkerung der betroffenen Länder. Humanitäre Hilfsorganisationen würden mit bis zu weiteren 50 Jahren bis zu ihrer vollständigen Beseitigung rechnen. Eine ähnliche, möglicherweise jahrzehntelange Gefährdung drohe nun der ukrainischen Zivilbevölkerung. Dass man, zumindest in Lippenbekenntnissen, auch mutiger auftreten kann als unser Bundespräsident, zeigen Beispiele aus anderen Ländern. Die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles erklärte am Samstag laut Medien, sie sage zwar Ja zur legitimen Verteidigung der Ukraine, aber Nein zu Streubomben. Bestimmte Waffen und Bomben dürften unter keinen Umständen geliefert werden. Sogar der britische Premier Rishi Sunak sagte, Großbritannien rate von einem Einsatz von Streumunition ab. Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres ließ seine Skepsis ausrichten. Ein Sprecher sagte, Guterres unterstütze die Konvention und sei dagegen, dass weiterhin Streumunition auf Schlachtfeldern eingesetzt wird. Selbst die Washington Post ist gegen die Lieferung der Waffen. Exzesse der doppelten Standards In manchem deutschen Medium klingt dagegen eher die strategische Sorge an, die Lieferung von Streumunition könne nun von Brutins Propaganda ausgenutzt werden. Gleichzeitig wurden die freigelassenen Rechtsextremen vom Assoff-Regime in den letzten Tagen von vielen Medien als Verteidiger des Assoff-Stahlwerks verniedlicht. Können die deutsche Politik und weite Teile unserer Medienlandschaft sich noch tiefer in doppelten Standards verstricken? Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. von verdefinanzierung Vielen Dank.